Friedolin muss viel disziplinierter werden. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Hab ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo, Friedo. Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch super Noten. Ab morgen bist du ein 1a Schüler. Würdest du nicht in die Schule gehen? Freiwillig? Fertig. Das müssen wir feiern. Ohne hier zur Schule zu gehen. Wo hast du denn hier? Na, ihr Luschen? Doch kein Plan ist perfekt. Du bist hier überflüssig. Sie sind gefährlich. Die wollen uns unser Leben wegnehmen. Unsere Klasse ist im Spiegel verschwunden. Wir müssen unsere Klasse retten. Yes! Unheimlich perfekte Freunde. Demnächst im Kino. Aber das ist nicht immer. Du bist hier.